Ines ist seit zwei Monaten arbeitslos. Sie ist in eine andere Stadt gezogen und musste ihren Job kündigen. Langsam ist es an der Zeit eine neue Stelle zu finden. Sie ist Krankenschwester von Beruf und sie kann schnell eine neue Stelle finden. Sie geht ins Internet, öffnet die Seiten, auf denen es Stellenanzeigen gibt und gibt den Suchbegriff ein. Die Suchmaschine hat viele Ergebnisse gefunden. Ines möchte aber nicht viel fahren und schränkt die Suche auf 20 Kilometer ein. Es bleiben nur noch fünf Anzeigen übrig. Eine ist direkt in dem Krankenhaus, das in ihrer Straße ist. Die Anzeige ist von heute und sie suchen dringend eine Krankenschwester, die sofort anfangen kann. Es ist eine Vollzeitstelle und die erforderliche Erfahrung hat Ines auch. Heute ist ihr Glückstag. Sie bewirbt sich sofort und sie erhaltet eine Bestätigungs-Mail, dass sie sich erfolgreich beworben hat. Jetzt nur noch Geduld haben und abwarten. Aber es dauert nicht lange, bis sie einen Anruf vom Krankenhaus bekommt und zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird. Ines ist seit zwei Monaten arbeitslos. Sie ist in eine andere Stadt gezogen und musste ihren Job kündigen. Ines ist seit zwei Monaten arbeitslos. Sie ist in eine andere Stadt gezogen und musste ihren Job kündigen. Langsam ist es an der Zeit eine neue Stelle zu finden. Langsam ist es an der Zeit eine neue Stelle zu finden. Langsam ist es an der Zeit eine neue Stelle zu finden. Sie ist Krankenschwester von Beruf und sie kann schnell eine neue Stelle finden. Sie ist Krankenschwester von Beruf und sie kann schnell eine neue Stelle finden. Sie geht ins Internet, öffnet die Seiten, auf denen es Stellenanzeigen gibt und gibt den Suchbegriff ein. Sie geht ins Internet, öffnet die Seiten, auf denen es Stellenanzeigen gibt und gibt den Suchbegriff ein. Die Suchmaschine hat viele Ergebnisse gefunden. Ines möchte aber nicht viel fahren und schränkt die Suche auf 20 Kilometer ein. Es bleiben nur noch fünf Anzeigen übrig. Die Suchmaschine hat viele Ergebnisse gefunden. Ines möchte aber nicht viel fahren und schränkt die Suche auf 20 Kilometer ein. Es bleiben nur noch fünf Anzeigen übrig. Die Suchmaschine hat viele Ergebnisse gefunden. Ines möchte aber nicht viel fahren und schränkt die Suche auf 20 Kilometer ein. Es bleiben nur noch fünf Anzeigen übrig. Eine ist direkt in dem Krankenhaus, das in ihrer Straße ist. Die Anzeige ist von heute und sie suchen dringend eine Krankenschwester. Eine ist direkt in dem Krankenhaus, das in ihrer Straße ist. Die Anzeige ist von heute und sie suchen dringend eine Krankenschwester. Eine ist direkt in dem Krankenhaus, das in ihrer Straße ist. Die Anzeige ist von heute und sie suchen dringend eine Krankenschwester. Heute ist ihr Glückstag, die sofort anfangen kann. Sie bewirbt sich sofort und sie erhaltet eine Bestätigungs-Mail, dass sie sich erfolgreich beworben hat. Sie bewirbt sich sofort und sie erhaltet eine Bestätigungs-Mail, dass sie sich erfolgreich beworben hat. Jetzt nur noch Geduld haben und abwarten. Jetzt nur noch Geduld haben und abwarten. Aber es dauert nicht lange, bis sie einen Anruf vom Krankenhaus bekommt und zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird. Jetzt nur noch Geduld haben und abwarten. Aber es dauert nicht lange, bis sie einen Anruf vom Krankenhaus bekommt und zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird.